Super Heineken, ja? Wir brauchen Eiswürfel in unserem Glas, dann den Saft von einer Zitrone, 3CL Blue Curacao Likör, dann geben wir ein bisschen Sprite dazu und den Rest füllen wir mit Heineken auf. Der Drink ist von Tipsy Bartender, der wiederum hat ihn irgendwo in Taiwan entdeckt, gönnt euch, cheers!